Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 2.2.2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1158 und heute habe ich die folgenden Themen mit für euch. Huawei P50, 100.000 Joe Rogan, NFC, Viral, Covid-Zertifikat, Blackberry, Sony, Non-Tesla, Gucci und Wi-Fi 7. Ja, das eine oder andere Thema habt ihr vielleicht irgendwo ein bisschen schon mitbekommen. Ich wollte dennoch ein bisschen aufräumen seit der letzten Woche, wo keine Daily mehr rausgekommen sind. Und deshalb starten wir hier gleich mal. Zu allererst, Huawei hat in der letzten Woche, am Mittwoch war es glaube ich, wenn ich noch ganz richtig im Kopf bin, zumindest am 26. Januar, neue Gerätschaften auch für den europäischen Markt angekündigt. Zum einen ist es das Huawei P50 Pro. Dann, das haben wir ja schon gesehen im letzten Herbst, für den chinesischen Markt ohne das Pro. Dann kam noch dazu das Huawei P50 Pocket. Das hat man kurz vor Weihnachten und oder um Weihnachten auch gezeigt für den asiatischen Markt. Und das ist auch wieder technologisch gesehen ganz, ganz heiss. Und zu guter Letzt haben sie noch gezeigt die Huawei Watch GT Runner. Ich habe aktuell die Huawei Watch GT 3, wenn es mir richtig im Kopf ist, im Test. Also das Modell, was im letzten Herbst vorgestellt wurde. Ich freue mich aber dennoch schon auf ein neues Modell und bin gespannt, was da kommt. Die Eckdaten, die könnt ihr euch am besten aus dem Blog fischen und oder wartet dann, bis ich die Geräte im Test habe und euch ein bisschen darüber erzählen kann, wie sie dann sind. Und oder ihr habt es eben schon mitbekommen. Auch in der letzten Woche, im Mitten der Woche, hat es Neon, der Schweizer Fintech, geschafft. Von 90 auf 100.000 Kunden ist man gekommen. Das war ja das grosse Challenge, die grosse Wettbewerbe, den sie angesetzt haben. Und das ist jetzt durch. Herzliche Gratulation an der Stelle, würde ich doch sagen. Weiter geht es mit Joe Rogan und das ist schon ein Weilchen her. Das geht hin und her. Der lustige Stand-up-Mensch, Comedian, hat ja einen exklusiven Podcast. Er wurde ja dazugekauft bei Spotify für viel, viel Geld. Und da macht er in letzter Zeit immer wieder mal Diskussionen zum Thema Corona, Covid etc. Und leider gibt er da auch gewissen Menschen eine Plattform, Meinungen und Themen und nicht ganz so wissenschaftlich getreuen Themen eine Plattform. Und das haben schon mehrfach verschiedene Wissenschaftler und Ärzte angemerkt und haben offene Briefe an Spotify geschrieben. Und wie immer ist es so, man glaubt nicht der Wissenschaftler, da muss ein Künstler her. Und das war Neil Young. Der hat nämlich letzte Woche angekündigt, dass er seinen ganzen Musikkatalog da rausnehmen möchte. Zumindest den, den er kann, welchen ihm noch persönlich gehört und nicht verschrieben wurde. Aber das scheint Wirkung gezeigt zu haben, denn Spotify hat dann auch schlussendlich reagiert und gemeint, ja, wir sehen da ein, wir stehen in der Pflicht und müssen eigentlich. Und jetzt tun sie es auch. Ihr wisst ja alle, ich bin kein grosser Fan von Spotify. Ja, mit Zwang haben sie es jetzt gemacht. Man muss es aber auch zweischneidig sehen. Und ich glaube, das müsste man morgen dann mal in der nächsten Geek Talk News Episode ein bisschen genauer besprechen, wenn meine beiden Kollegen auch Lust haben dazu. Weil, ja, es ist natürlich schwierig, da Schranken zu setzen bei so einer offenen Geschichte. Aber dennoch ein gewisser, lassen wir das Thema. Bloomberg hat rausgefunden oder will rausgefunden haben, dass Apple bald die Dienste und Hardware wie die von Square, den Reader und ähnliche, arbeitslos machen könnten. Wahrscheinlich wird die Aktie von dem lustigen kleinen Startup mittlerweile ins Bodenlose gefallen sein. Dann Apple will zukünftig mit einem Update die Möglichkeit bieten, die Mastercard, die Visa Card, die ganze Kritik und Debitkarten einfach hinten ans Telefon zu halten und schon wird Geld abgebucht. Also da dürften sich all diejenigen freuen, die ein kleines Geschäft haben und oder unterwegs mal irgendwie Geld mitnehmen möchten von anderen, wo sie das bekommen. Ich bin gespannt, wenn es kommt, wie es kommt und bin natürlich auch gespannt, ob da dann auch die ein oder andere Vieh mit oben drauf kommt. Wördel, sagt euch das was nicht? Dann habt ihr wahrscheinlich auch nicht verpasst oder eben doch? Ich habe mich bis jetzt noch nicht drauf eingelassen. Es sind fünf Buchstaben, also Wörter aus fünf Buchstaben bestehend, die ihr erraten dürft. Also ihr solltet mit möglichst wenig Buchstaben die ganze Wörter erraten und schlussendlich das Wördel, also das Spiel, kompletieren. Wer das geschafft hat, der kann es twittern, Facebooken und weiss ich wo nach immer hin. Das ist eine kleine Geschichte, die ein riesen Erfolg wurde. Ging im letzten Oktober auf den Markt, im November waren es noch 90 Personen, die das gespielt haben. Zwei Monate später waren es 300.000 und mittlerweile spielen mehrere Millionen täglich ihr Wördel, weil das Spiel gibt es immer nur für 24 Stunden und für alle das Gleiche. So kann man sich dann schlussendlich auch messen auf diesen Social Networks und wo man das auch immer noch teilen mag. Warum habe ich das Thema jetzt drin? Ja, die New York Times dachte, gute Geschichte, nehmen wir ein bisschen Geld in die Hand und kaufen uns das. Kann man machen. Bin mal gespannt, wie sich das Spiel weiterentwickeln wird. Wir wissen jetzt, dass in der nächsten iOS-App, aktuell ist es in der Beta mit drin, nicht nur die Möglichkeit kommt zum Entsperren mit der Maske im Gesicht, sondern auch in der EU und das gilt auch für die Schweiz, so wie es geklungen hat, das Zertifikat in die Wallet mit aufzunehmen. Wie viel einfacher ist das doch? Ich freue mich drauf. Ich konnte mich nie anfreunden mit diesen kleinen Hacks, die man da so hätte machen können, um dahin zu kommen. Weiter geht es mit BlackBerry. Und ja, schon wieder. Ich habe ja gesagt, als das letzte Mal sie in den Daily war, das war es noch nicht. Was macht BlackBerry jetzt? Ja, sie verkaufen Patente und zwar für 600 Millionen US-Dollar. Und an wen? Ja, an eine Firma, die sich nennt Catapult IP Innovations. Kennt ihr die Firma? Nee, nicht. Ja, die wurde extra gegründet, um eben diese Patente rauszukaufen. Für 450 Millionen Dollar ging es über die Bühne. 150 Millionen Dollar wurden als Schuldscheine übertragen. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, was dann dieses Catapult-Things-Booms-Firmen-Zeugs später machen wird. Andere Firmen verklagen, wegen Nutzungsrechte, deren Patente im Bereich Messaging und Network etc. Und viel Geld mit den ehemaligen BlackBerrys teilen. Ein unschönes Geschäft. Aber das ist halt so mit diesen doofen Patenten. Zweischneidig Schwert auch hier wieder. Vor circa zwei Wochen war es, glaube ich, da hat Xbox eine riesen Crew gelandet. Für umgerechnet, ich weiss nicht mehr, 86, 70 Millilarden Währungseinheiten, hat man sich da eine Spieleschmiede gekauft. Ja, Sony hat jetzt zurückgeschlagen. Man sagt zwar, das sei kein direkter Rückschlag in die Richtung. Aber wir wollen es ihnen jetzt mal glauben. Die Gespräche seien schon länger im Gang gewesen. Aber Sony sagt auch, sie wären dran, auch noch Weiters aufzukaufen, was dann wiederum wahrscheinlich die Rückantwort war. Wen haben sie gekauft? Den Spieleentwickler Bungie. Sagt euch das was? Ja, die haben jahrelang Halo, das Zugpferd von der Xbox, also von Microsoft, Spielekonsole entwickelt. Mittlerweile ja nicht mehr. Und aktuell sind sie vor allem bekannt, sucht das Spiel Destiny. Ein Spiel, das nie wirklich bei mir angekommen ist. Liegt unter anderem auch daran, dass es ein, wie sagt man dem, Game-as-a-Service-Modell ist. Und das ist etwas, was mir überhaupt nicht gefällt und somit mich dann auch nicht wirklich zum Spielen bringt. Das Interessante daran ist, man hat es nicht wegen den Spielen übernommen. Die sollen weiterhin auch plattformübergreifend zur Verfügung stehen. Nee, Sony hat sich das übernommen, weil sie auf dieses Game-as-a-Service-Modell stehen und davon lernen möchten. Da bin ich gleich nochmals mehr froh, bin ich aktuell nicht wirklich so auf der PlayStation unterwegs, weil das will ich eigentlich nicht haben. Die Non-Tesla-Supercharger. Mögt ihr euch noch erinnern? Ende letzten Jahres hat Elon Musk schneller als von uns gedacht vorwärts gemacht und eben die Tesla-Station, also die Supercharging-Station freigegeben für andere E-Cars. Ja, nur in, was war das damals? Ich glaube, Holland. Aber man hat es schneller umgesetzt und ist das Ganze am Testen. Was kommt jetzt? Nee, es wird nicht eingestampft, sondern erweitert. Neben Niederlanden kommen auch Frankreich und Norwegen in das Vergnügen, um eben zeitnah auch solche fremde Autos an Supercharger zu laden. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie das dann anklangfingen wird und wie schnell das es geht, dass es überall so geöffnet wird. Ihr besitzen AirPod Max und möchtet noch ein bisschen Geld ausgeben, habt noch ein bisschen was von Weihnachten übrig? Dann nehmt mal 730 Euro in die Hand. Dann könnt ihr euch die Gucci AirPod Max Etui-Tasche kaufen. Schaut schick aus, wenn man auf Gucci steht. Warum nicht? Kann man machen. Was mir da fehlt, oder ich weiss nicht, ob es das gibt, wäre ein kleines Fach für die, wie heissen sie nochmals? AirTags. Genau, weil das Teil kostet ja mehr als die AirPod Max und somit will man das sicherlich immer im Blick haben und oder wissen, wo es hingeht. Zu guter Letzt habe ich euch noch einen Lesetipp, wer sich über Wi-Fi 7 einlesen möchte. Und ja, das ist mittlerweile relativ finalisiert worden, aber noch nicht ganz fertig entwickelt. Kommt auch erst in ein paar Jahren, also somit ganz ruhig. Aktuell ist es Wi-Fi 6, vielleicht Wi-Fi 6e, wenn es überhaupt, aber ansonsten, wer, wie gesagt, sich einlesen möchte, auf dem Pockipsi.ch-Blog habe ich ein bisschen was zusammengetippt, was da alles mit drin ist und warum das jetzt das WLAN doch plötzlich dann wieder viel schneller werden könnte. Soviel zu den heutigen News. Wir hören uns wahrscheinlich in den nächsten Tagen nochmals. Ansonsten bald schon ein schönes Wochenende. Euer Pockipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.